Jubiläum Zuschauer und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Heute lösen wir die Auflösung vom 100 Abo Special Wo ihr den Banner und den Premium Rang auf den GOMHD Server Also kein Banner auf den GOMHD Server Aber Banner von meinem Designer Alles mögliche gewinnen könnt Leute Und ich dachte mir, ich mache nicht so ein Video wo ich sage Ja der und der hat gewonnen Nein, wir machen das live miteinander Und ihr könnt gucken Leute Erstmal, danke für diese unnormal vielen Kommentare Ich habe noch nie so viele Kommentare unter einem Video bekommen Das ist krank Nicht mal unter meinem 100 Abo Special Was irgendwie das Doppelte an Klicks hatte Danke, danke Leute Natürlich waren so, ich glaube so 10 waren von mir Aber 50 Leute ungefähr haben hier kommentiert Also 50 Kommentare gab es und das ist krank Und Leute, dann würde ich einfach mal sagen Ihr seht es live Ich habe hier so einen random Comment Picker Und dann sehen wir direkt, wer was gewonnen hat Und das machen wir live miteinander Ich würde es in einem Livestream machen Aber meine Internetverbindung lässt es nicht so zu Deswegen müssen wir das in so einem Video machen Aber ich denke mal Warum soll ich das faken? Hier Leute, kopieren wir den Link Zack Hier Bam Und Einfügen Suchen wir das Video Bla 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 Hier Mounted Munich Okay, 29 Kommentare nur Habe ich mich wohl geirrt Aber Wir klicken jetzt mal auf Start Und hier sieht man schon die ganzen Namen und so reinploppen Leute Und wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Oh Phoenix Ricardo hat gewonnen Aber Der hat nicht Hat er geschrieben Hashtag Banner? Ich glaube nicht Oder Wo ist denn der Phoenix Ricardo? Der Phoenix Ricardo? Der Phoenix Ricardo? Hier Ne Er hat nicht Hashtag Banner oder Hashtag Premium geschrieben Deswegen kann er nicht gewinnen Dann machen wir es nochmal Pick another winner Start Bam Bam Und wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Man Alter Es kommt die ganze Zeit Leute Aber ich glaube Diese Interagie Hat auch Hashtag Den geschrieben Aber leider Kann ich das nicht nehmen Weil es nicht In diesem Kommentar drin war Deswegen sorry an dich Vielleicht kommst du jetzt nochmal Aber du hast es Nicht an den Kommentar geschrieben Deswegen Leider bist du nicht der Gewinner Pick another comment Und 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 MOLLE TV MOLLE in HD Digga MOLLE Hat Den Freaking Banner gewonnen Digga Glückwunsch An dich Bruder Aber ich weiß Dass du im Moment irgendwie YouTube Videos und so Nicht machst Aber Ich versuche dich irgendwie zu kontaktieren Und dann Machen wir dir irgendwie mal Einen freshen Banner Für deinen Kanal Link zum MOLLE Ist auch In der Beschreibung Da Freshender gibt es Videos gemacht Das war so eine Massenproduktion Die aber im Moment Leider pausiert ist Aber wir warten Natürlich auf mehr Massenproduktionsvideos Deswegen Link Zum MOLLE Ist in der Videobeschreibung Schaut da vorbei Lasst dem Abo Da unten Like Der Junge hat es verdient Okay Und ja Leute Jetzt haben wir schon mal jemanden Der den Banner bekommt Aber den Premium Rang Ist noch nicht safe Deswegen Pick another winner Und start Oh shit Und Ach lucky Bruder Schade Aber du hast auch nur Hashtag Banner geschrieben Deswegen müssen wir wieder Einen anderen winner nehmen Sorry Start raffle Pick random winner Hashtag Premium winner Klicks hat gewonnen Klicks hat den Premium Rang gewonnen Danke dass ihr alle mitgemacht habt Seid nicht enttäuscht Wenn ihr nicht gewonnen habt Aber es wird mehr Solche Verlosungen geben Auf jeden Fall Und dann Leute Machen wir das auch noch live Wo ist ein Hier MOL Gehen wir mal unter sein Video Hier irgendwo Kann man mal easy machen Zack Zu den Videos 371 Abonnenten Hat leider seit 3 Wochen Nichts mehr hochgeladen Aber wir warten dran Und Zack Bruder Bruder hier Schreiben wir ihnen Einen Kommentar Du Hast Den Banner Gewonnen Glück Wunsch Bro So Du hast den Banner gewonnen Glückwunsch Bro Kommentieren wir das mal Ihr seht Leute Hier Nix fake Ich kann Ah fuck Ich will die Cam nicht umstellen Aber ihr seht Hier bin ich Ich tue jetzt die Maus Nach links und rechts bewegen Das passiert alles gerade Keine Sorge Ich lasse es auch Uncut Also zumindest Das Detail hier Damit ihr seht Dass ich hier Kein fake Oder sonstige Scheiße Abziehe Also ihr könnt auch nachschauen Auf seinem Kanal Link ist in der Beschreibung Ich hab unter dem Video kommentiert Und wo ist denn der liebe Klicks Der hat mir auch einen netten Kommentar geschrieben Herzlichen Glückwunsch Und da Bruder Du hast Premium Rang gewonnen Und Leute Ganz wichtig Klicks Hiermit sag ich in diesem Video Du Kannst Also wir können Ein Video aufnehmen Damit meine Zuschauer sehen Dass ich das nicht gefakt habe Dass du den Premium Rang Wirklich von mir bekommen hast Wenn du Bock hast Nehmen wir ein Video auf Dann sehen wir das alle Und ja Jo 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 Er macht auch auf jeden Fall Ender Games Schaut bei ihm vorbei Jeder der noch Ender Games macht Hat ein Abo verdient Abonniert den Pischer Hier Das ist ein bisschen Nice Und Glück So Glückwunsch So Alter ich bin der Langsame Schreiber Den es gibt Nicht das Du hast Den Premium Rang Gewonnen Wie gesagt Leute Seid nicht enttäuscht Wenn ihr nicht gewonnen habt Aber es wird noch mehr Verlosungen Oh Mikro In dieser Art geben Also Seid nicht enttäuscht Und ja Glückwunsch Nicht zu Du hast den Premium Rang Gewonnen Und ja Dann Ja Moin Alter Der hat einfach ein Dislike Hier What the fuck Ja Moin Ich tu immer irgendwelche Leute Random Dislike Ging Ging Guck mal Der hat sogar seine Musik Hier reingepackt Welche er genommen hat Viele machen das nicht Fresh Hashtag Also dann Bruder Du hast den Premium Rang gewonnen Gönn dir Gönn dir einen Monat Denn es ist nice Und ja Leute Hier seht ihr Nicht fake Ist auch nicht eine Seite Von mir oder so Einfach ein Random Picker Benutzen Voll für ihre Gewinnspiele Und dann würde ich einfach sagen Das soll es von dem Video Gewinnen sein Ich weiß Einen Tag später Ist es gekommen Als ich eigentlich gesagt hatte Aber sieht es Irgendwie besser Denn Ihr hattet einen Tag Länger Zeit Damit noch mehr Leute Reinkommen Und dann würde ich einfach sagen Das soll es von dem Video Gewesen sein Wenn euch das Video gefallen hat Dann zeigst du mir Mit einer Bewertung Hier findet ihr die anderen Videos Ich würde mich über ein Abo freuen Haut rein Macht's gut Und ciao Und noch ganz wichtig Leute Zum Schluss Das Texture Pack Was versprochen war Ist jetzt leider noch nicht fertig Deswegen freut euch Bald kommt das Texture Pack Das wird auf jeden Fall Richtig, richtig nice Wird auf jeden Fall Mal was anderes Als es in der YouTube Szene Bis jetzt gab Und dann würde ich einfach mal sagen Tschüss Tschüss